Guck mal, ob wir irgendwas treffen. Nichts. So, aber jetzt, 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 jetzt treffen wir was. Ah, der Heli. Wee! Hoho! Eieieiei, da müssen wir nächstes Mal ein bisschen mehr aufpassen. Und gleich noch mal Sturzflug. Ist hier irgendwas? Nichts. Hier? Ich wollte mich verarschen. Ah, irgendwas treffen wir schon. Meine Operation von meinem Panzer? Nicht gesehen. Hier fliegt man mich da ein bisschen weit weg. Aber irgendwie nehmen die keine Chats, die Gegnerischen. Das ist ein Vorteil für mich. Ach du Scheiße, jetzt hast du getroffen. Eieieiei. Scheiße. Ui, mir kommt hier rein. Und dann boom, boom, boom. Ah! Fick dich, du dreckiger kleiner Bastard! Wie heißt er? Karg. Okay. Haben wir noch einen Jet frei? War gerade so schön. Kein Jet frei. Hm. Ich hab keinen Bock, jetzt lange irgendwie... Flugplatz. Feinen! Hallo! 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 Los, 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 los! Oh, das Panzer. Da ist der Panzer. Da ist der Panzer. Fick dich. Wir gehen mal kurz andersrum. Fick dich. Der ist so schlau. Wie heißt er? Kiron-Hu. Kiru-Hu-Hunu. Hun-Hu. So. Nochmal. Der ist in unserer Basis. Das kann der nicht machen. Leck mich. Hehehe. Ich glaub, der mag mich nicht. Hallo! Willst du mich rollen? Jetzt fick dich doch mal! Assi-Kind! Kleines Assi-Kind. Obwohl ich hätte ein paar Minen hinlegen sollen, dann mit einem Raketenwerfer drauf. Das wäre ein bisschen sinnvoller. Weil er ja gerade eh weggeguckt hat. Komm, wieder einmal wieder irgendwas hier zum Fliegen. Ich würde sagen, wir spawnen wieder bei C. Ist doch sehr interessant gewesen. Da rechts einer. Den basht mir jetzt. Den basht mir mal weg. Was? Was war denn das? Den haben wir weggebasht. Ah, der Panzer. Das ist ein Panzer? Lalalala. Ah! Ich war so schön am Minen legen. Der wäre eh reingefahren. Oh, was habt ihr für einen scheißen Namen? Jetzt mal ernsthaft. Das Gebiet ist ein feindlicher Jäger. Rück mit dem Vorsicht weiter Tor, Ober. Ja! Jetzt, Alter. Wow. Gas geben! Yay! Wo sind die Insel? Wow! Das wird ein steiler Flug. Das wird ein steiler Flug. Wo wir den Panzer hier mitnehmen. Scheiße. Wow! Schieß nach uns. Ach, Kacke. Joho. So, jetzt aber. Jetzt kommen wir. Wo ist der Panzer? Wo ist der Panzer? Wo ist der Panzer? Ähm. Da ist ein Gegner. Den hätten wir. Und jetzt sind wir gerade. Geh ein. Wo war der? Da hinten ist jemand an unserer Basis. Der wird bestimmt ein Flugzeug mitnehmen. Das lassen wir natürlich nicht zu, ja. Oh, Panzer. Schneller, schneller, schneller. Bitte fahr rein. Bitte fahr rein. Bitte. Das waren nur zwei Miner. Nein. Passe dich. Okay, okay. Okay, Flugplatz. Jetzt aber. Der bleibt nicht lange. Wow! Oh, das kannst du laut sagen. Der kommt! Ach, Kacke. Das kannst du laut sagen. WTF. So, was haben wir denn? Oh, lass bei A spawn. Lass bei A spawn mit Scharfschützengewehr. Das wird dann noch zu geil. Keiner. Keiner. Außer, weil unsere Jungs haben das schon aufgeräumt. Das wäre jetzt ein bisschen scheiße, aber es sieht so aus, als hätte sie aufgeräumt. Ach, Manu. Aber hier kann man schön snipen, muss ich sagen. Das sieht... Hier hast du übelst Blick auf der ganzen Insel, ja. Also, in eurem Einsatzgebiet ist ein feindlicher Chief. Oh, nein. Scheiße! Da hast du Cheap gekommen. Ich hätte Schöße, das noch Raketenwaffe machen können. Ähm, seht ihr irgendwo einen? Also, ich sehe keinen. Ich sehe null. Nein, ist hier niemanden. Au, 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 au. Hä? Die Nudel holen wir uns. Ja, die Nudel wird gekocht. Wo ist er? Nein, nein. Au, das ist ein Feind. Wo ist die Nudel? Ich hätte vorher spotten sollen, ne? Was geht denn hier ab? Hättest... Da sind welche... Oh, unsere Hubschrauber räumt hier übelst ab. Ach, du Scheiße. Und der Pant... Und der Hubschrauber räumt alles ab. Komm, wir machen, was wir wollen. Okay, mit den Schraubstätten hat er noch nichts gebracht. Leider. Aber C ist ja immer noch da. So, dieses Spiel werden wir diesmal gewinnen. Ah, Chatparty oben. Schade, dass wir jetzt noch schon oben sein können. Wer ist denn da im Himmel? Niko, Nikola. Sehen wir irgendwas? Nichts. Da hinten ist einer. Der will wahrscheinlich Minen legen. Ich kann die Typen nicht ausstehen, die Minen legen, ne? Das ist so verdammt schwul. Jetzt mal ohne Scheiß. Das ist krank. Hey! Mein Platz. Mann, dieser Aushilfe-Sniper. Das ist wirklich... Unter aller Sa... Fickt euch! Ah, leck mich. Habt euch was gehabt. Ihr seid alle hässlich. Hinten. Da war irgendwo einer. Da, danach. Oh, fast. Das gibt's doch nicht. Lacker. Das gibt's nicht. Das gibt's einfach nicht. Da sehe ich gerade zwei Stück. Sind ja etwas weit entfernt. Ich geh mal hier hoch. Jemals, wenn's möglich wäre. Da. Jetzt ist er kaputt. Was fehl ich denn heute? Ist nix da. Nix feindlicher Sniper. Alle dumm. Alle. Ja, ja. Da ist keiner. Kehner. Und... Stein! Palme! Da scheinen Menschen zu... Oh, fuck. Granate! Was, noch eine? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist der hin? Leck mich! Wow! Haha, lacker! Nachladen. So macht's fun. Aber jetzt sind wir tot. Wie heißt er? Schmerzlos. Der ist so gut, Alter. Aber er hat vorhin alles weggebälscht. Das war so krank. Da oben, 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 da oben Totenkopf, weil es ist ja auch irgendwo ein Feind. Weg, misch! Ich hab auch geschossen. Aber einen Zentimeter rechts von ihm. Na, L96. Die würde ich auch noch haben. Haben wir noch irgendwie... Ah, ihr seid cool. Ihr seid... Da kommt wieder ganz, ganz Fehler. Ich hab überlegt, krass, war ich bei davor? Ah, ey. Ah, ey, ey, ey. Oh, die Runde ist auch schon wieder bald rum. Lass mich vor, hier. Ist ja auch klar, wenn ich mit spiele, ist ja klar, dass die Runde so schnell rum ist und irgendwie gewinnt. Äh. Da ist er doch. Jetzt hab ich ihn. Hey! Ziemlich rollen. Treffer. Jetzt hab ich ihn. Oh, das... Lacker! Jetzt vor, 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 vor. Ich will noch einen Kill machen, bitte. Leck mich! Das gibt's noch nicht. Willst du mich rollen? Da war noch einer, den wollte ich haben. Dein Team hat durch Winnie gewonnen. Gucken wir mal unsere Statistik an, ja. Wie viele Punkte haben wir bekommen? Gar nicht nachgeguckt. 500! Spontort! Also. Nicht über 2000. Traurig. Scheißspiel. Mhm. Was bringt eigentlich das hier? Ich glaub, Hans hat das Stirn, ne? Okay, damit danke ich mich, dass ihr zugesehen habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Vielen Dank.